So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Aragami zusammen mit Korodi. Hallo! Hallo! Mit dieser wundervollen Musik. Wow. Ja, wir haben aufgehalten. Um es zu wissen, hier zu tun. Oh mein Gott, wir kommen wieder im Haus? Nein. Oh, ich habe gerade eine Katze getreten, wusste gar nicht, dass du da bist. Mit anderen darf ich bewohner haben dieses Haus hergerichtet. Es ist unser Geschenk für dich. Du bist ein Teil der Familie, du hast es verdient für die Zukunft. Zieh dich im Haus um und dann komm zu mir, ich möchte etwas unter vier Augen besprechen. Oh, Junge, dafür mussten nur ein Kinderkrankenhaus abgerissen werden. Oh, oh, erst mal rumschnüffeln. Erstmal rumschnüffeln. So viele unbekannte Gerüche. Du hast entdeckt. Sensorenverteidigung. Jetzt haben wir zu sneaken auf der Post, oder? Jetzt machst doch du. Oh, die Feuernation! Damn. Wir haben jetzt mal einen Kochtopf? Wie können wir was essen? Ich bin hier, weil mich der Anförderung gebeten hat. Ist das dein normales Gesicht? Weil es ein Mensch ist. Du bist unrein! Du bist ein Mensch. Was macht ein Mensch hier? Keine Ahnung. Boah, das Haus ist wunderbar! 10 Euro, 15 Euro? Boah, wo haben wir das ganze Geld hier? Ich dachte, wir sind arm. Ich habe sehr viel Halt. Mhm. Ach so. Erster Generation bis 10 Rüstung, Minus 10, Talbo, Plus 10, Agro, Minus 10. Nie benutzt werde ich auch nie benutzen, geil. Sprich mit dem Anführer, wo bist du? Wo ist der olle Sack wieder hin? Oh. Ne, das ist der Trainingsschwack. Wieso sind wir eigentlich der Einzige, der hier so rumspringt, das hätten wir aldrig alles. Sehr long. Es ist kein Tojo, aber es ist eigentlich schlecht. So, wir haben wieder einen Punkt. Die Abwehr stellt Ausdauern, blablabla. Ziele auf einen beliebigen Essenzkristall und betreuen ihn mit Schattenessenz um einen verdeckten Nebel, um ihn herum zu erschaffen, der Feind eine Nähe betreuen. Oh. Wird ein spezielles Attentat durch, dass er einen dunklen Nebel ausbreitet, der die verhöhnen kann. Wird nicht schlecht, ne? Dann warten wir nochmal, würde ich sagen, weil der ist gut. Wenn wir jetzt noch einen nehmen, dann haben wir die oberen hier freigeschalten. Ja, aber wir können auch erst mal unten fertig machen, oder nicht? Okay. Was ist denn das hier alles? Wenn wir kurz sein unsichtbar oder bist du angreifst oder Schaden erleidest, nutze Schattenmission und ziehe damit auf einen Feind, um diesen vorübergehend zu markieren. Bleib für kurze Zeit stillstehen, um einen Schub für deine Tarnung zu erhalten. Blendet und betreibt ein nichts anderes Ziel für eine Weile, oder bist du diese Schadenheit? Ja, dann warten wir noch. Oh, verstecke dich im Nebel, um deine Vitalität zu erneuern. Oh, das wäre gut. Ich vergesse es eh wieder. Was bist du denn von mir? Ja, dass du den Punkt einlöst. Hüß dich, alter Mann! Über die alten Säcke! Sprich mit... Ich finde unsere Quests oben geil. Sprich mit Anführer Katashi. Sprich mit Anführer Katashi. Erreiche das Gebiet. Sprich mit Anführer Katashi. Das Reichen gehört mir. Okay. Willkommen, Krieger. Diese Unterhaltung ist vertraulich. Es gibt schon lange Gerüchte darüber, dass mit unseren Leuten experimentiert wird und sie in Akatsuchi gefoltert werden. Selang konnten wir das nicht beweisen. Aber in letzter Zeit hören wir Schreie aus dem hohen Schloss, die genauso grauenvoll sind, dass die Tote zum Leben erwecken. Also die so, okay. Bitte geh dorthin und zieh nach, was das, was, was, egal. Sei verschwiegen und sehr vorsichtig, Krieger. Alter. Ich hätte nur sagen, mal einen Partner zuschreiben oder so. Sehr vorsichtig, in Anführungsstrichen. Mister, wir töten sowieso alle. Eigentlich könnten sie sich alle in der Reihe vor uns aufstellen. Sterben würden die sowieso. Das ist was die gewesen, wenn du ins Wasser gefallen wärst. Ja. Bestorben wärst. So meinst du? Ja. Oh, wait. Was war ich denn? Was machst du denn? Oh, wir kommen weiter nach unten. Und es sieht nicht so aus, als wäre es noch so früh. Müssen wir jetzt unsere Brüder befreien. Gut, erstmal Wanna essen. Erst mal gut, dass alles Wanna essen. Wanna? Mhm. More like mana. Was? 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 Keine Ahnung. Ich hab ja eine Energy. Keinen oder einen? Einen. Ich bin wieder in der Energy-Phase. Hm. Komm, wo Leute sterben sind. Mach weiter. Gott. Okay. Das sieht doch schon mal gut an. Close. Mhm. Hier von deinem Scheißturm auf die andere Seite. Und ich bring dich rum, mein Freund. Was? Der bewegt sich nicht. Ich glaub, du musst nachhelfen. Ich glaub, du musst nachhelfen. zu sich zum sterben nächstes blieb oben war da nicht ein zweiter vorher? oh da ist ein zweiter natürlich natürlich hat er das gesehen wir haben diesen knie gemacht den wir in walking deck gelernt haben wenn ich alles so herlocken könnte ja schon da hatte ich Geld GELD ich nur wegen dem Geld hier scheiße auf uns rüber gefunden oh da dringt gerade ne feier ja kannst du bitte einfach reinklettern und den Rambo machen und alle gleichzeitig in einem Kampf abschlachten wär so schön ja ich glaube anders kommst du dann nicht rein hier existiert ja auch noch hier existiert ja auch noch hier existiert ja auch noch derisel ich? ich? I guess der kommt nicht von seinem Turm runter hey 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 tío hihihihi Ich bin in den Haken geschaut, ob da irgendwer drin ist. Da gehen sogar welche hoch. Das ist ja gut, wenn der Kollege hier rauf schaut. Ich werf ihn einfach aus dem Fenster. Warte mal ne Minute. Eine Minute, glaube ich. Ja, ich muss meine Kotze hier entfernen. Eine ganze Minute. Fast 60 Sekunden. 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 so das sind wir wieder ich würde zu lachen wenn das spiel nicht stoppen würde während man im menü ist oder man steht gerade so 10.000 typen an mich zu schlicht er kann ich gerade angenommen wusste nicht dass da einer steht ich auch es ist ein ganz schön schlechter einmittel so viel geld einfach Holla die Waldfee! Holla die Waldfee! Huh! Huh! Habe ich geschieht hier ja. Sch-sch-sch-sch-geschichte hier. Ist es nicht egal wenn die beiden Alarm schlagen? Oh warte ich will einen coolen Move machen. Ich weiß aber nicht ob der... Ob ich mich damit auffliegen lasse. Ich sterbe. Ich will einen coolen Move machen. Wo stehen die beiden denn da? Wenn ich jetzt den einen mit einer Sembonnadel abwerfe. Den anderen juckt es einfach auch nicht. So... Oh Junge... Hä? Aber das war halt schlecht. Wait kann ich die beiden gar nicht killen? Ich glaube ich soll die beiden gar nicht killen. Warum ist das ein Teil dieses Spiels, dass ich... Dass ich diese beiden nicht killen kann? Hä? Wo kommst du denn jetzt her? Ja. Ich bin ein He-Man. Ihr geht mir auf den Sack, Digga! Hey! Nicht so ne Wortwahl! Ich bin ein bisschen neu gestartet. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das hofft? Ja. Krass. 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 das nicht funktioniert das sind die ok anscheinend kann ich die zwei trottel da oben gar nicht töten was war denn die ganze menschen wie gestes ein ziel stand irgendwas von letzten freunden weg ich dachte ich hätte sie untergeworfen dass sie mit dieser liegen nicht gehen schönen aussicht jetzt hat sie noch eine schöne rinne auf und unten sieht man nicht so gut gut Kenne ich irgendwo, gell? Die Kirchen, wo, gell? Da spricht auch doch los aus ihm. Das ist ein Fun-Fact, Skimming through the Zombie-Apocalypse war dieses vierzigste Let's Play, was wir beendet haben. Vierzigste, krass. Ja. Wird sich aber wahrscheinlich nochmal verschieben. Lass dich doch da draußen chillen. Ehen kann ich da nicht chillen lassen. Ich weiß nicht, warum ich diese Spackos nicht killen kann. Weil's Menschen sind. Das andere sind auch Menschen. Richtig in meiner Welt. Fuck! Hallo! Panik. Ja, Digga, willst du mal da drauf? Bist du ein useless... useless... Uselos! Man kennt ihn, er ist einfach useless. Du hast ihn vor Buddha getötet. Jetzt stehen sie da wieder! Alter, ihr beiden macht mich fertig. Ich liebe sie. Ich muss sagen, auf was du batest. Ach ja, ich muss diesen Spackkuss zuhören. Oh! Natürlich hast du es nicht, du Bastard. Ja, davon bist du denn nicht da hoch? Das sind halt, du kannst dich zum Nichts zwingen. Ich bin jetzt auf den Sack, ey, oder? Das sind echt keine Feinde, diese Typen. Aber sobald sie was sehen, haben wir aus. Aber, ne. Wirst du dich als Feind klassifizieren? Von denen? Ja. Na, vielleicht. Ach, manchmal ja, manchmal nein. Das sehe ich sonst. Wenn du bist. Nichts. Geht es? komm schon hier rein ja ich glaube es wäre kein problem gewesen als er nur verdacht geschöpft hätte aber ich bin im aufversehen volle kanne vor die fresse gesprungen was ist denn heute los hier meine fresse spieler halbtot so fühle ich mich jeden tag gerne von den spoten des nachbarn so satt ich habe gehört er lässt sie arbeiten bis sie ummächtig wird wie können wir das sie ist nicht mal ein mensch sie ist nicht mal ich aber menschlich rette das ziel welches ziel das ziel du wirst doch wissen was gemein ist finde ich das ziel ziel laufen ich habe eine ahnung ich kann jetzt einfach so diese tür da eintreschen nicht was wir alles bitte für ein epischer moment da wäre die beziehung der marsch da wäre die beziehung sowas von der marsch ja solange das ziel am leben ist das ziel ist ja nicht mal da drin dann ist ja kein das egal das schlecht oder ich dachte er zieht mich nicht da er weiß nicht mehr dass du hier bist er vermute das nur aber der weiß ist und der kommt dir auch ha loschen eh pf du musst mir nur herausfinden wo du hin musst da wäre fast in den tod gesprungen komm raus feigeln wirst du dir sowas sagen ja oh nein der kommt oh nein da oben sind ja die anderen zwei idioten kann man aufgeben kann man aufgeben kann man aufgeben ach da hä als ob die ganz einfach so die lag doch vorher da nicht die musst du jetzt zum portal werfen mach weich boah glaubst du die typ auf dem turm ah ok nevermind er ist sauf run 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 der warst das war etwas herum springen ich hörte ihn immer mehr also von dem her kannst du sie bitte ins portal werfen und raus ja für ostry natürlich wieder ein bd 42 gold nur gefunden von 424 224 und wo ist ja schon wieder die ist auch nicht da was zu mir meine tochter ich habe so lange nach dir gesucht mutter ich bin so glück also die tochter spiele wie sich mein verstand von tag zu sagen er verwirrt und ich befehle meines meisters taten die viele meines meisters taten ihr übriges eingesperrt im dunkel der nacht hatte ich den fluss und achte an dich warum ist er du bist du fucking schmied du hast damit nichts zu tun gott hat das gott gekauft wie viel geld hast du schon ausgeben zu viel wieso tust du uns das an ich würde es wieder verkaufen bitte bitte wir haben doch kein geld ich habe zu lange links klick drauf und nein weg mit dem schütz machst du denn unsere harte arbeit hat das geld noch mal eine mission machen und alles wieder rein zu bekommen also vorhin tag für das das hast du gut gemacht krieger jetzt muss ich um etwas bitten wir wurden in dem haus eines einflussreichen bürgers von akutsuji festgehalten er konnte die gegend diese mehr auf der karte markiert hat und melde dich er weg des kriegers bietet immer etwas für wir müssen die mit schloss folge hätte jede herze ertragen jedes hinter das sie gewinnen ich wollte dass du diese alten augen noch viel wunderbares sehen werden das war das jetzt das hier für den speziellen durch das einen dunklen nimmer ausbreitet der dich erhöhen kann ganz kontextuell belastet ich denke ich hoffe gut dann würde ich auch sagen das war's mit der folge last like guten abo damit es euch gefahren hat schaupe alles kaum hier vorbei schaupe unser twitch-kanal vorbei morgens 17 uhr geht's weiter bis zu nichts wollen was habe ich die ganze zeit nicht morgens 17 uhr geht's weiter bis zu nichts wollen einfach tschüss